Herzlich willkommen zurück, Part 131, bald ist der Spaß vorbei. Ich bin schon ganz traurig. Denk dran, es ist noch ein ganz weiter Weg vor uns. Denk an Majora's Mask. Majora's Mask ist ein Spiel, das dafür braucht man länger als für Ocarina of Time. Auf jeden Fall, wenn man alles holen will, alle Masken, braucht man jede Menge Zeit. Ja, okay, aber immer schon. Wann war damit anfangen? Das, ja, vielleicht schon an diesem Wochenende, wenn du Lust hast. Oh, ja, gerne. Ich hab das Wochenende eh noch nichts vor. Und mein Schätzchen ist ja eh meistens am Wochenende. Das sah jetzt gerade gefährlich aus. Ja, aber geschafft. So, jetzt müssen wir den komischen Steinen weghauen. Dann haben wir es eigentlich schon fast. Lenk, hau den weg. Ja, warte nicht so lange. Ach nee, das ist mein Mauscursor. Ich dachte gerade, du hast den Cursor noch im Bild liegen lassen. Dabei war das meiner. Achso, okay. Gut. Dann ist da halt schon der letzte Stein. Ja. Und du kannst dich ranziehen. Ja. Juhu. Ich hab gerade zwischengespeichert. Mhm. Sicher ist sicher. Aber hallo, sicher ist sicher. Oh nein, der Tag reicht wieder nicht bis dahin. Na. Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich für nächste Woche Probearbeiten hab hier. Nee, das hast du nicht erzählt. Nee, ist doch cool, ne? Das freut mich voll für dich, wirklich. Ja, also besser könntest du gar nicht schlaufen. Was war das? Du hast zwischengespeichert. Ja, deswegen. Ich hab mir sowas schon gedacht. Dass Link der Horst wieder irgendwas macht. Das ist ja alles. Link, lass dich fallen. Dann. So. Aber erlählich mach ich mir Sorgen nicht, dass die Katze doch noch an meine Mäuschen rankommt. Ach, Quatsch. Nein, glaub ich nicht. Ja, ich hab mir Mäuse gekauft. Ich mag Mäuse. Mäuse sind cool. Aha. Hey, was ist das denn schon wieder? Ey. Also schon mal ein Kontrollerschein, ein kleines Leck zu haben. Hm. Ein kleiner Leck. Ja, der andere Lugstick, der linke, der, mit dem ich lehngesteuere, der hat so ein ganz kleines bisschen eine Macke. Ach so. Ja, okay. Das ist natürlich blöd. Ach, es geht aber. Tja, da lässt man auch so einen bekannten Bug, den ich bei dir sonst immer gesehen habe. Dass die Starttaste auf einmal automatisch ging, das war irgendwie sehr seltsam. Tja. Das kennen wir ja sonst noch von dir herziehen, ne? Ja, aber das geht ja bei mir mittlerweile auch nicht mehr, weil ich nur einen Kontroller habe. Das Feuersegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. Ja, ja, Mann. Bro, wir machen das. Darunia ist cool, findest du nicht? Der nimmt mich immer ein bisschen an den Löwen, so von der Mähne her so ein bisschen. Ja, ja, der sieht schon irgendwie. Ah, ja, ja, das wird echt stylisch, ey. Ich denke mal in zwei Parts, wenn wir gar nicht haben, mindestens zwei, also. Ja, okay, vielleicht schon in diesem Part ist alles vorbei. Sagen wir mal im nächsten, im nächsten Part noch jeden. Wobei, es ist viel Gerede dabei. Und wir haben nur noch elf Minuten. Also ich denke mal, wir kommen auf jeden Fall sogar noch, also zwei bis drei Parts brauchen und wir haben nur bestimmt noch. Na gut, das Feuersegel hätten wir so oder so machen müssen, von daher. Ja, ja, klar. Wir müssen alle machen, Liebchen. Alle. Alle. Ja, und bald ist es vorbei. Leute, was sagt ihr dazu, dass es bald vorbei ist? Oh, das ist echt traurig, ne? Ja, ich bin kurz vorm Heulen. Äh, ey, ich hab die Ocarina nicht ausgewählt, jetzt hab ich grad ne Bombe gezogen, weil ich sonst da die Ocarina immer habe. Ja, die macht die Gewohnheit. Hm, da kommt eh bloß ne Truhe mit Geld, soweit ich weiß. Ja, wir haben nur einen Schlüssel, ich glaub, der reicht gar nicht, ne? Haben wir irgendeinen Schlüssel? Wie, ein zweiter müsste noch kommen. Oder ist das ein Schlüssel? Ein Herz. Das wär's böse, wenn wir jetzt einen Schlüssel vergessen haben. Mhm, aber wir brauchen ja schon für den nächsten, für den Raum jetzt einen Schlüssel. Ey, da war grad wieder so ein Zappbomb, die grad tierisch geweckt. Boom, weg geht er. Oh, verdammt. Schlüsseltür. Und kein Schlüssel. Hm. Das ist jetzt echt komisch. Nee, hier gibt's nix mehr. Seltsam. Haben wir irgendwo einen vergessen? Hm. Mach mal raus, weil es so schön war. Hier ist doch keiner mehr, oder? Ist ja ne Truhe. Nein, aber der Wahrheit sagt nö. Hm. Das irritiert jetzt echt. Boah, hier einer. Man hat ja keine Karte hier, dass er das Drecksack hat. Keine Karte, kein Schalter, nichts. Hm. Das ist jetzt echt... Haben wir jetzt doch in einem der Räume den Schlüssel vergessen? Ich hab dir extra im Eisraum gesagt, noch die eine aufzumachen. Im Eisraum, ja, dann gehen wir zu Eis. Oder vielleicht ist doch noch im Geist da. Im Geist... Weil das ist der einzige Raum, wo wir die ganzen Truhen nicht aufgemacht haben. Im Eis, hab ich dir ja gesagt, sollst du sicherheitshalber die eine aufmachen. Hast du ja auch gemacht. Dann gehen wir zu Geist da. Das ist jetzt das Einzige, was mir so spontan noch einfällt. Entschuldigung, aha, der Hals, ja. Leute, ich kipp mich alle mal. Hm, wie siehst du kranklost? Nein, nein, keine Sorge. Das scheiß für Errichter in dem Mann, ne? Das ist echt verletzt. Ey, verletzt, Alter. Nein, diesmal schmeiß ich keine Bombe, weil die Ocarina da nicht ausgewählt ist. Link geht ein Rubin auf, wie ihr seht. Den anderen geht, äh... Ein Licht auf. Und dem Link geht ein Rubin auf. Ja, seht ihr mal, wie gelbgeil Link eigentlich ist. Aber ich kann dir nicht sagen, ob bei denen irgendwelche Fallen da dabei sind. Aber ich mein, sicherheitshalber wäre es vielleicht nicht schlecht, die Sonnen mal zu aktivieren. Die Fallen sind auf jeden Fall dabei. Sonst wäre das ja nicht hier. Hier ist eine Truhe. Direkt ein Schlüssel. Hahaha. Die erste Truhe, direkt ein Schlüssel. Okay, wir haben den verboten. Retten einen Schlüssel. Wir haben den. Und was habe ich gesagt? Komm, ich gucke vor allem nochmal alle nach. Ob es noch irgendwo ein Schlüssel ist, aber ich glaube, es waren bloß zwei. Irgendwo kommt gleich noch ein Grabscher, wenn der eine Sonne von denen zerstört. Ein Herz? Jetzt können wir Herzen ja gut gebrauchen. Hm. Die gehen ja so, Cosmos Feuer, als sogar noch gehen, gehen wir noch ein paar Feen holen. Naja, muss. Jetzt kommt ein Grabscher. Irgendwann ist einer, der was vor mir will. Vor allem der Grabscher will. Ja. Der gibt ja noch Geld dafür, dass er grabschen darf. Echt? Sieht aus wie ein Jigoro, oder was? Wie eine männliche Ruhe? Nee, das kann man nicht sagen. Weil das ist wieder... Jetzt gucken noch jüngere Zuschauer zu. Ja, eben. Die ganze Welt kannst du ja sehen, ne? Firewall meckert. Die schreit ich gleich aus. Jetzt reicht's. Irgendwann reicht's. So. Guck mal, da was da kommt. Nix. Gut. Haben wir alles aktiviert. Wir haben den letzten Schlüssel. Und wer hatte recht, Leute? Wer hatte wieder recht? Keine Ahnung. Ich hab Alzheimer, weißt du doch. Und wer leugnet es gerade, dass er sich recht hat? Wer leugnet es gerade? Ich weiß nicht, wer. Link, Link, hör auf damit. Oh je. Oh je? Was ist oh je? Du bist schlimmer als jeder andere Mann. Echt? Mhm. Aber das magst du mich auch so sehr, ne? Ja. Oh. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kompliment war jetzt. Hm. Feuerwand. Ach ja, genau. Wie schön. Feuerwand. Hure und Sonnenentwickler. Was die sich dabei gedacht haben. Es heißt ja Master. Halbis. Ja, wir wissen, dass Master Quest ist, Liebchen. Wir wissen, dass wir wissen es. Du brauchst nichts zu sagen. Es ist Master Quest. In deinem langen... Äh. Weg mit dir, Stein. Weg. Link hat es geschafft. Kennetöpfe hier? So ein Mist. Ach ja, genau. Weißt du, man da reinkommt? Weißt du es? Ich weiß, wie... Auf der linken Seite ist es wohl Wanderlund. Und auf der rechten Seite ist es ein Schalter. Genau. Da hat auch mit mir in ihr lang gesessen. Ich fand es sehr, sehr amüsant. Die hat ihr einfach bloß gegengeschlagen. Ja, aber aus Wut. Das war der pure Zufall. Ich fand das sehr lustig. Und immer, die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Ich so, oh, geile. Ich hab mich so wegg... Ach, da war ja ein Schalter. Ich hab mich so weggeschmissen, ne? Ich wusste ja, wo der Schalter war. Ich hab mich so weggeschmissen, ne? Ja, ich hab ihn ja zwischendrin immer wieder gesehen und dachte mir, mein Mensch, Mädel. Und der Letzte. Red Millenia war auch die Erste. Also, ich sag mal so, Red Millenia war die Erste, wo ich auch abonniert hatte. Ich auch. Red Millenia war die Beste. Vorher hatte ich immer mal so hier und da mal geguckt, aber niemanden abonniert. Hast du eigentlich schon von der neuen Funktion von, ähm, Dingskort? Ping? Kennst du Ping? Nee. Neue Funktion von iTunes. Sowas wie Twitter. Nur da kannst du mit Musikleuten posten mit Katy Perry und so. Sehr interessant. Schoole Sache. Ja, ich finde das ein bisschen Twitter nachgemacht. Also, Apple, das war nicht sehr kreativ. Aber du kannst mir gerne folgen, wenn du gerne Musik hörst. Oder checken wir jetzt, was ich für eine Mucke höre. Du weißt, dass ich iTunes bei mir nicht so ganz so funktioniert, wie ich das will. Das funktioniert. iTunes ist das Beste. iTunes ist das Beste. Das funktioniert. Aber mein Computer ist los. iTunes war doch das, äh, Programm zum Musikhören, oder? Okay. Ja, das geht doch bei mir. Ich krieg doch direkt Blue Screen, wenn ich mir das installieren will. Ne? Und da springt jemand hier Aufnahme im Hintergrund? Krankenwagen, ja. Du kannst dich nicht warpen. Ja, super. Darf ich noch für das Warpen hier rausgehen? Natürlich. Für fünf Minuten. Zwei Minuten und zehn Sekunden. Dann gehen wir noch schnell Bio-Fäen holen. Leute, findet ihr wirklich, dass diese Feen besser sind, wie alle anderen Feen? Ich wette mit dir. Seit ich das mache... Nein. Macht es jeder andere auch? Kann sein. Ich glaube schon, weil es sehr praktisch ist. Moment, jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Alzheimer. Scheiße, ich kriege Alzheimer. So ein Mist. Ah, das war links. Hä? Ja. Hoch. Links. Würdest du mich verarschen? Entschuldigung. Ah, hoch. Links, rechts, links, rechts. Das mache ich doch. Der will mich verarschen. Ich spiele genau das. Ah, hoch. Links, rechts, links, rechts. Ich spiele das die ganze Zeit. Oh, man muss das mit einem gewissen Tempo spielen. Entschuldigung. Ich weiß, ob das nur in meiner Raum so ist, aber... Ey, ich habe echt viele Probleme mit diesen Liedern. Wenn ich es zu schnell mache, geht es nicht. Wenn ich es zu langsam mache, geht es auch nicht. Also, hä? Wenn ich es zu schnell mache, geht es bei mir auch nicht. Wenn ich es zu langsam mache, auch. Ich glaube, ich habe noch einen Bug. Wo er nicht so schlimm ist. Nö, es gibt schlimmere Bugs. Zum Beispiel, dass man den Abspann nicht sieht. Also, du brauchst ja mir keine Sorgen zu machen. Mir siehst du ihn. Ich habe mit dieser Raum ja schon durchgespielt. Siehe meinen anderen Spielstand. Wo ich zu... Ich sage mal... Wir haben ja auch jemand anderen gesehen, wo sie komplett abgespielt wurde, die... Credits. Also, ich weiß, wie ich meine... Hä? War da jetzt gerade keiner? Da war keiner, ne? Komisch. Habe ich mir auch gerade gedacht. Wie viel Zeit haben wir noch? Warte. Time is over. Okay, das war ja sehr praktisch. Dann holen wir uns gleich die Biophäen. Und danach geht es zur letzten Schlacht. Wir werden uns danach nur noch zweimal hören. Ach, ich glaube, ich werde dich trotzdem noch zu anderen Liebes auch mal einladen. Nö, das war jetzt eher eine Dauereinladung, ha? Ja, genau. Weißt du doch. Ohne dich komme ich nicht mehr aus. Oh, wie süß. Also, Leute. Bis gleich. Bis gleich. Ciao.